Was ist ein Soulmate? Der letzte im Bunde ist Suna. Ein jahrzehntelanger Freund von mir. Mein Bruder. Mit denen habe ich einfach jahrelang 24 Stunden am Tag geschüttet. Wir sind zusammen eingeschlafen, zusammen aufgestanden. Es ist der einzige Person, der dich kenne und dich akzeptierte. Wir haben zusammen gegessen, geweint, gelacht. Wir lieben in dich, bevor jemand anderes getan hat. Oder wenn niemand anderes würde. Alles was man halt so macht. Und egal was passiert, du wirst immer lieben. Das kann niemals ändern. Es kommt ein Baby. Das hier ist AZ. Aber das ist hier der Suna. Auf Wiedersehen.